Willkommen zu Star Citizen der Alpha 3.10.2 und einem Mining Update. Heute in der XXL Variante, sehr ausführlich, weshalb wir auch auf alle Bereiche des Mining eingehen und ich euch am Ende eine, wie ich finde, aktuell effektivste Methode darstelle, das Mining zu betreiben und gleichzeitig auch die beste Variante ist, schnell maximale UAC für euch und vor allem für eure Freunde und Teammates zu gewinnen. Als erstes das normale Planeten-Mining und wir starten auf dem Klassiker und zwar Yila im Bereich Crusader, wo aktuell am meisten zu verdienen sein dürfte. Es gibt noch andere interessante Planeten, allerdings ist Yila einer der Klassiker und sehr gut besucht, wenn es um das Mining bei Planeten bzw. auf der Oberfläche geht. Auf Yila finden wir neben Laranit und Agritium auch andere Komponenten und Materialien, allerdings habt ihr hier ein relativ sicheres Einkommen, da Laranit und Agritium recht einfach und recht häufig zu finden sind. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit auf Quantenium zu stoßen und je nachdem wie euch das Glück gesinnt ist, habt ihr hier die Möglichkeit relativ hohe Gewinne einzufahren. Mit Glück könnt ihr einen relativ guten Quantenium-Brocken oder Felsen erwischen, der euch fast 100% Quantenium in den Laderaum spült, was dann einen Gewinn von 200.000 bis 300.000 UAC darstellen kann. Allerdings, wie gesagt, das Ganze ist Glückssache und mir ist leider kein Spot bekannt, wo wirklich große Quantenium-Brocken herumstehen, sondern es ist bei jedem Run wieder ein neues Glücksspiel. Was ihr allerdings mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit und Sicherheit erwarten dürft, ist, dass ihr Agritium und Laranit in relativ guten Zusammensetzungen findet. Wir haben hier beispielsweise direkt nach dem Eintreffen auf Hila schon die ersten Brocken gefunden und ich gehe zunächst einmal auf die verschiedenen Farben der Rasteriden und Steine ein. Diese sind in zwei Farben verfügbar und zwar einmal bläulich-gräulich und einmal rot durchsetzt. Bei den bläulich-gräulichen Varianten handelt es sich meistens um die etwas weniger wertvollen Materialien bis hin zu Laranit, Agritium etc. Und bei den rötlichen Varianten, das sind die Steine, wo ihr mit Quantenium rechnen könnt. An dieser Stelle verweise ich nochmal auf mein Mining Guide für Anfänger, wo auch Links und Hilfen drin sind, wo ihr seht, welche Steine sich ab welchen Leveln lohnen abzubauen. Das Ganze kommt von Space4Games, einem wirklich sehr guten Guide, der ausführlich gestaltet ist und auch mit wirklich farblichen Grafiken sehr einfach vor allem für Anfänger zu verstehen ist. Mein Tipp? Sucht euch Steine, wo die Zusammensetzung relativ hoch ist. Nicht nur die Zusammensetzung des Steins an sich, sondern nachdem ihr diesen geknackt habt, sollten die Chunks, also die einzelnen Teile, die ihr mit eurem Strahl aufsaugen könnt, einen hohen Prozentsanteil haben. Habt ihr beispielsweise Quantenium in einem Stein mit 5% und die restlichen 95% sind inert Materialien, also sozusagen Dreck, dann habt ihr am Ende zwar einen vollen Laderaum, allerdings sehr wenig Materialien, die sich lohnen zum Verkaufen und euer Gewinn ist fast Null. Deswegen empfehle ich euch, sucht euch die Materialien, die ihr mitnehmen wollt genau aus und nehmt nicht einfach alles mit, was ihr direkt findet. Hier beispielsweise haben wir einen Stein mit 13,4%. Allerdings würde es sich nicht wirklich lohnen, diesen Stein, auch wenn Agritium ein relativ wertvolles Material ist, zu knacken, da die Chancen, dass ein Chunk, also ein Einzelteil mit einem hohen Anteil, das heißt zwischen 70 und 100% herauskommt, sehr gering ist. Ihr könnt es versuchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ab welchen Teilen ihr, beziehungsweise welchen Werten ihr gute Chunks bekommt. Allerdings ist das auch Glückssache. Auch solltet ihr immer vorkommen, wo Quantenium drauf steht, genauer betrachten, weil auch wenn Quantenium drauf steht, ist meistens so wenig Quantenium drin, dass es sich nicht lohnt mitzunehmen. Hier beispielsweise haben wir ein Quantenium-Vorkommen, allerdings mit einem Prozent ist dieses so gering und auch die anderen Materialien sind nicht wertvoll, dass sich dieses Material auf jeden Fall nicht zur Mitnahme lohnt. Was ihr ebenfalls finden könnt, sind Hand-Mining, beziehungsweise Mining-Materialien für den Rock. Hier haben wir Haranit gefunden, ein sehr wertvolles Material, und das könnt ihr auch mit der Prospector oder der Argomole abbauen. Allerdings müsst ihr hier einiges beachten, beziehungsweise gibt es ein paar Fallstricke. Vor allem mit einem Helix-Mining-Laser, den ich euch allgemein immer empfehle zu minern, habt ihr das Problem, dass bei Haranit, beziehungsweise den kleinen Vorkommen, ihr die Steine sehr schnell überladet und es hier auf extremes Fingerspitzengefühl ankommt, dass ihr einen Haranit-Stein mit zum Beispiel einem Helix-Mining-Laser und einem großen Mining-Schiff adäquat knacken könnt. Der Vorteil allerdings, wenn ihr das Gefühl in den Fingerspitzen für euch entwickelt habt, ihr könnt sehr schnell und effektiv Haranit-Steine knacken und seid damit ca. 80 bis 90 Prozent schneller als ein Rock mit der gleichen Steinzusammensetzung. Bei einem unserer ersten Versuche hier sehen wir, das Ganze geht relativ schnell und solltet ihr den Stein auch nicht völlig überladen, bleibt das Haranit auch bestehen. Allerdings verteilt es sich relativ ausführlich um die Gegend, wo ihr den Stein gesprengt habt. Mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und wirklich kleinen, bedächtigen Schüben könnt ihr den Stein allerdings auch ohne Überladung knacken und das Haranit bleibt da, wo es sein soll. Was wir allerdings damit anfangen, dass wir die Haranit-Steine mit einem großen Mining-Schiff knacken, darauf gehen wir im späteren Teil des Videos nochmal ganz genau im Detail ein. Mit einem Mining-Schiff alleine können wir relativ wenig ausrichten. Wie wir sehen, können wir die Steine dann auch nicht mit dem Strahl des Schiffes aufsaugen, wie wir es bei anderen Steinen tun können, da bleibt das Haranit einfach am Boden liegen. Die einzige Variante, die euch bleibt, ist auszusteigen und das Ganze von Hand einzusammeln. Wir haben zwar hier viele Kristalle auf dem Boden liegen, aber unser Laser saugt nichts davon ein. Wenn ihr aussteigt und das Ganze in euren Pembroke oder in einen anderen Anzug mit Verstaumöglichkeit packen wollt, könnt ihr das tun. Allerdings, das Ganze hat seine Bugs und wie wir hier sehen, können wir keinen einzigen der Haranit-Steine in der aktuellen Version einsammeln. Das ist von Steinvorkommen zu Steinvorkommen unterschiedlich. Auch nochmals möchte ich auf einen Bug hinweisen. Und zwar, wenn ihr einen Stein in der Hand habt und dann in euer Schiff steigt, lässt der Pilot den Stein vor dem ins Cockpit sitzen, auf dem Boden fallen und der Stein-Haranit liegt in eurem Schiff, was euch bei jeder Scanner bzw. jedem Mining-Versuch immer ein Haranit-Vorkommen anzeigt. Das Ganze könnt ihr nur bewegen, wenn ihr den Stein packt und aus eurem Schiff wieder zurückwerft. Zum normalen Mining, wie wir uns hier anschauen, in unserem 13,5% Agritium-Stein, der relativ massiv ist, schauen wir uns an, wie ihr einiges daraus noch rausholen könntet. Wenn wir jetzt die einzelnen Chunks, also die größeren Brocken, welche noch orange umrandet sind, das heißt geknackt werden müssen, scannen, haben wir Glück und es ist ein Brocken mit etwa fast 90% an Agritium aufgebrochen. Wenn wir diesen jetzt aufbrechen, haben wir sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, auch die maximale 100% Menge Agritium in einzelnen Teilen zu haben und diese sind natürlich immer gern gesehen in unserem Laderaum. Wie anfangs erwähnt, macht es nur Sinn, bei relativ hohen Prozentwerten den Stein weiterhin zu knacken und bei diesem Brocken von fast 5000 kg war die Chance relativ hoch, dass auch einige kg an Agritium für uns dann übrig bleiben. Hier konnten wir etwa 400 kg an reinem Agritium in unseren Laderaum packen und wir sehen, unser Laderaum ist jetzt fast schon 60% gefüllt und das Ganze hat sich auf jeden Fall gelohnt, da es relativ schnell und relativ problemlos geht. Nachdem wir uns gerade um einen gräulich-bläulichen Agritium-Stein gekümmert haben, schauen wir uns nochmal einen Quantenium-Stein aus der Nähe an. Diese seht ihr schon beim Heranfliegen, haben eine ganz andere Struktur und Farbe, sind rötlich hinterlegt und haben auf jeden Fall eine andere Optik, welche sich relativ schnell und auch von Weitem feststellen lässt. Hier haben wir beispielsweise ein Quantenium-Vorkommen, was relativ hoch ist mit 13,8% und mit einer Masse von 5338 doch auch recht reichhaltig ist. Beim Abbau von Quantenium könnt ihr zwar noch Verbrauchsgegenstände verwenden, die euch den Abbau erleichtern, allerdings auch mit etwas Fingerspitzengefühl könnt ihr hier recht gut auch Quantenium mit einem normalen Helix-Mining Laser abbauen. Quantenium reagiert anders als andere Materialien, das heißt, die Energie steigt eher sprunghaft an und lässt auch sprunghaft wieder nach. Versucht hier zunächst einmal in einem mittleren Bereich ein Gefühl für den Stein zu bekommen und schaut euch an, ab welchen Bereichen er einen Sprung um mehrere Prozentpunkte der Rock-Energy nach oben macht und diese auch wieder verliert, um den Stein nicht dauerhaft zu überladen. Ansonsten bleibt als Tipp zu sagen, geht immer bis kurz vor den roten Bereich mit eurer Energie und lasst diese dann nach und könnt immer wieder etwas hinterher schieben. So habt ihr nicht die Gefahr, den Stein zu überladen und Probleme beim Abbau zu bekommen. Wir suchen uns hier jetzt den Stein bzw. das Teilstück heraus, wo das Quantenium drin ist und hoffen möglichst viel und ein möglichst großes Vorkommen vom Quantenium zu erhalten. Hier mit 46,2 Prozent haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück und auch dieses mit 40,9 Prozent ist auf jeden Fall wert aufzuknacken. Allerdings bleibt beim Quantenium zu sagen, solltet ihr euch entscheiden, Quantenium in euren Laderaum aufzunehmen, dann habt ihr etwa nur noch 30 Minuten Zeit zwischen dem ersten Quantenium, das in euren Laderaum landet und dem Verkauf, der dann stattfinden muss. Solltet ihr länger warten, explodiert das Quantenium in eurem Laderaum und ihr habt relativ schnell einen großen Verlust und ein zerstörtes oder beschädigtes Schiff. Solltet ihr den Fehler machen oder das Problem haben, dass ihr zu viel Energie in den Stein bekommt, und diese anfängt zu überladen, wie wir jetzt hier bei diesem Quantenium-Stück, empfehle ich euch, wenn es möglich ist, die Energie komplett wegzunehmen und sich den Stein erst wieder abkühlen zu lassen. Sollte der Stein explodieren, nehmt so schnell wie möglich Abstand vom Stein, da die Schäden doch beträchtlich sein können, wenn ihr relativ nah am Stein daran seid. Hier auf Yila haben wir in einer einzelnen Mining-Tour, die etwa immer 30 Minuten dauert, immer wieder ein oder zwei Quantenium-Bruchstücke festgestellt. Diese haben meistens eine ähnliche Zusammensetzung und im Endeffekt sind 20-30% Quantenium im Laderaum, ohne großes Suchen und rein Fokussieren auf Quantenium möglich. Wenn ihr natürlich mehr Zeit verbraucht, findet ihr auch einen Stein bzw. Formationen, wo ihr fast gänzlich nur Quantenium findet, allerdings seid ihr dann deutlich länger unterwegs oder ihr müsst einfach mehr Glück haben. Es bleibt für euch zu entscheiden, ob euch der Zeitfaktor, das heißt in einer Stunde beispielsweise zwei Touren mit 100.000 USD jeweils Gewinn zu machen fahrt oder länger sucht, um eine Tour zu machen, die dann vielleicht 250.000 USD an reinem Quantenium-Gewinn bringt. Auch bleibt beim Mining zu sagen, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, mit einem 30K-Fehler auszuweichen bzw. einem Disconnect, da ihr die Ladung immer verliert, wenn ihr beim Mining unterwegs seid und einen Disconnect habt. Die einzige Möglichkeit, eure Ladung wenigstens etwas abzusichern, ist, sofort nach dem Erreichen einer Station- oder Sternenbasis eine Landeanforderung zu senden. Sobald diese Landeanforderung gesendet ist, habt ihr auch im Falle eines Disconnects euer Schiff und ihr könnt dann auch eure Waren bzw. eure Steine verkaufen. Solltet ihr Glück haben beim Scan, dann habt ihr eine solche Formation, das heißt mehrere Steine und hier haben wir auch noch relativ viel Quantenium bzw. jeder Stein erhält etwas Quantenium und wir wissen, dass wir auf jeden Fall nach dem Abbau dieser Steinformation mit einem recht guten Auskommen wieder nach Hause fliegen können. Meiner Erfahrung nach ist es allerdings die Ausnahme, dass ihr solche Steinformationen findet und auch wenn ihr die gleiche Region bzw. gleiche Gegend mehrmals abfliegt, ist es nicht gesagt, dass immer wieder ähnliche Formationen auftauchen. Das heißt an einem Tag können in einem Bereich Quantenium-Vorkommen gefunden worden sein, wenn ihr das Ganze an mehreren Tagen wiederholt, sind andere Steinformationen oder teilweise gar nichts mehr festzustellen. Die Spawnorte der Steine scheinen also nicht wirklich fest an einem Punkt zu sein, sondern verteilen sich nach einer Art Zufallsmuster. Auch solltet ihr beispielsweise bei einem solchen Fund nicht damit rechnen, eine vollständige Ladung Quantenium mit nach Hause zu bringen, da die Zusammensetzungen nicht hoch genug sind. Wir haben hier zwar dann doch einen deutlichen Gewinn, das heißt etwa 100.000 USD sind drin, wenn wir relativ viel Quantenium mitnehmen. Allerdings diese Traumwerte, die von manchen Mal berichtet werden, von 250.000 bis 300.000 USD mit fast reinem Quantenium, erreicht ihr bei solchen Steinen nicht. Hierfür brauchen wir einen Stein, der erheblich mehr Masse hat, einen hohen Quantenium-Anteil und fast nur 100% der Einzelteile ausspuckt. So einen Stein habe ich persönlich bis jetzt nur ein oder zwei Mal gefunden und das dann auch mit relativ viel Glück. Hierfür würde ich euch dann auch auf den nächsten Teil unseres Videos verweisen, und zwar dem Abbau im Asteroidenfeld. Hier haben wir einfach die Möglichkeit, größere Steine zu finden, die eine deutlich höhere Masse haben und dementsprechend auch geeigneter sind, um den Laderaum beispielsweise mit nur einem Asteroiden voll zu machen. Allerdings hat auch diese Methode mit Nachteilen zu kämpfen, auf die ich später auch nochmal eingehen werde. Und so effektiv wie die Rock-Methode bzw. die Spezialmethode, die ich euch am Ende nochmal zeigen werde, ist bisher keine andere Mining-Methode, selbst wenn ihr 100% Quantenium in einem Stein irgendwann mal finden solltet. Hier haben wir beispielsweise immer wieder Teile, wo Quantenium drin ist, mit einer relativ hohen Wertzahl, das heißt etwa 15-20%. Allerdings haben wir sehr viel Inert-Materialien dabei. Das heißt, wenn wir das Ganze einsammeln, haben wir zwar im Endeffekt einen relativ hohen Quantenium-Anteil, allerdings zeige ich euch dann auch beim Verkauf, was dabei dann wirklich übrig bleibt. Ein Tipp beim Anflug vor allem auf Port Olisar, welcher aktuell natürlich ein Hotspot für Miner ist, da er direkt im Bereich von Yila liegt. Achtet darauf, relativ schnell und mit viel Gas zur Raumstation zu kommen, und zwar in den geschützten Bereich. Ansonsten lauft ihr Gefahr, wie hier auch wieder von Griefern abgefangen zu werden, die eigentlich regelmäßig und zu jeder Tages- und Nachtzeit unterwegs sind. Auch könnt ihr Pad-Rammern, das heißt Leuten, die euch beim Lande-Vorgang von der Station Blasen in euch hinein crashen, entgegenwirken, indem ihr euer Schiff einfach unterhalb der Station oder irgendwo sonst direkt daran nahe parkt. Da ist es nicht so weit sichtbar bzw. ist kein klassisches Ziel für einen Pad-Rammer und ihr habt die Möglichkeit eure Materialien durch Hovern im All dann doch noch zu verkaufen, ohne Gefahr zu laufen abgefangen zu werden. Wir schauen uns jetzt an, was wir mit unserem kleinen Quantenium-Run dann effektiv an Geld machen. Wir haben zwar relativ an Quantenium eingesammelt, plus das Ganze waren jetzt nur noch 13% effektiv und wir sind hier mit 72.000 USC herausgegangen. Wir haben zwar noch 50% Agritium und noch Laranit um einiges dabei, allerdings der hohe Anteil an den Nerd-Materialien und minderwertigen Steinen und dann versaut uns hier auf jeden Fall unsere Bilanz. Als nächsten Tipp möchte ich euch eine andere Art des Scannens bzw. des Findens von Steinen darstellen. Und zwar wenn ihr in der Außenansicht oder auch in der Cockpitansicht fliegt, sehen wir hier beispielsweise in der Ferne schon Steine, die einfach sehr weit weg sind und relativ alleine stehen. Die Ränderdistanz für die Umgebung ist relativ gering. Das heißt, die Steine, die ihr auf Monden und Planeten findet, ist immer gleich. Und alles, was dahinter kommt und für euch erscheint, sind dann auch abbaubare Materialien. Das Ganze wird hier auch nochmal deutlich. Wir haben ja relativ viele Steine, die der Reihe nach immer in einer gleichen Entfernung entstehen. Und solltet ihr Steine weiter entfernt stehen, wie hier zum Beispiel diesen jungen dicken Brocken, dann ist davon auszugehen, dass das ein abbaubarer Stein ist, genauso wie der da hinten. So könnt ihr auch ohne Scanner relativ schnell einen Überblick haben und müsst nicht langsam über den Planet kriechen und Stück für Stück scannen, sondern seht relativ schnell, wo es abbaubare Materialien gibt. Auch Steinformationen von fünf oder sechs mehr, Steinen, die öfter mal vorkommen, könnt ihr so relativ leicht entdecken, indem ihr einfach Ausschau haltet nach Steinen, die aus der Umgebung herausragen und nicht zum Rest passen. Vor allem, wenn ihr auf der Jagd saht nach reinen Quantenium-Containern bzw. Steinen, könnt ihr so relativ schnell den Planeten absuchen. Und wie wir hier sehen, haben wir ein ganzes Rudel gefunden, ohne den Scanner einsetzen zu müssen. Oftmals ist es auch so, wenn ihr viel Scanner einsetzt bzw. mit Scanner arbeitet, tauchen neue Vorkommen auf und führen euch automatisch in eine andere Richtung, als ihr vielleicht ursprünglich geflogen wärt. Auch nochmal ein Run, wenn ihr relativ gute Materialien gefunden habt. Wir haben hier fast 50% Agritium und 40% Quantenium, allerdings viel Dreck und dann sind eigentlich nur noch 50.000 US hier ein Gewinn drin. Deswegen achtet immer darauf, keinen Mist mitzunehmen. Der nächste Part ist der Asteroidenabbau bzw. das Abbauen von Materialien im Raum. Hier eignet sich beispielsweise auch die Umgebung um Grimhex oder Yila allgemein im Asteroidenring oder der Aron Belt, welchen ihr über den Quantum Drive erreichen könnt. Darauf gehe ich allerdings nicht gesondert ein, da das Ganze nicht nur sehr viel mit Geschick zu tun hat, sondern auch aktuell sehr viel mit Glück. Selbst wenn ihr die richtigen Kilometerangaben zum Austritt aus dem Quantum Drive einhaltet, kann es sein, dass ihr im Nichts steht und keine Asteroiden in der Nähe da sind. Deswegen im Bereich von Yila findet ihr genug Asteroiden, die ihr auch im Raum abbauen könnt. Hier findet ihr recht schnell recht große Brocken, die relativ viel Masse mit sich bringen und dementsprechend auch einen hohen Gewinn versprechen. Wir haben hier beispielsweise einen Quantenium-Brocken gefunden, einen Asteroid der Q-Klasse mit etwa 8,6%. Wir sehen hier auch wieder die typisch rötlich-bräunliche Färbung für Quantenium und können diesen auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Allerdings noch mehr als am Planeten, wenn ihr im All anfangt mit Quantenium, dann ist eure Zeit genauso begrenzt mit den 30 Minuten und es kann unter Umständen in einem Asteroidengürtel länger dauern, bis ihr einen zweiten bzw. einen weiteren abbaubaren Stein findet. Deswegen, wenn ihr euch entschließt, einen Stein im All abzubauen, dann müsst ihr auch damit rechnen, mit diesem Stein dann auch schon nach Hause zu fliegen. Der zweite negative Punkt, den es im All bzw. in Asteroidengürteln gibt, ist die Entfernungen, die ihr zurücklegen müsst. Es sind sehr viel weitere Wege zwischen den einzelnen Punkten, wo ihr Asteroiden findet, allerdings müsst ihr nicht darauf achten, irgendwo abzustürzen bzw. den Boden zu berühren. Worauf ihr achten müsst, ist natürlich nicht, den Asteroiden zu krachen, weil sich hier die Geschwindigkeiten nicht so gut einschätzen lassen, wie beispielsweise auf dem Boden. Von großem Vorteil allerdings sei gesagt, wenn ihr einen Stein findet, der relativ effektiv ist, dann schafft ihr es meistens sogar, eine komplette Lahnung mit der Prospector voll zu machen, da die Steine, wie gesagt, eine sehr große Masse bieten. Allerdings ist auch das Meinen oder der Abbau in Asteroidengürtel eine Glückssache und ihr könnt hier mehr oder weniger Glück haben. Für ein sicheres Einkommen habe ich für mich entschieden, mehr auf dem Planeten, auf der Oberfläche zu meinen, als im All, da ich hier schon teilweise sehr lange suchen musste, bis ich einen passenden Stein gefunden habe und es aktuell auf Jila relativ wenig Probleme bringt, mehrere Steine, vor allem Agritium oder andere wertvolle Materialien wie Titanium oder Larenid zu finden. Unser Asteroiden-Ausflug war relativ lukrativ, da wir Glück hatten mit unserem Stein und kommen mit 75.500 USD zurück. Das ist auf jeden Fall ein guter Schnitt für einen Ausflug von etwa 20 Minuten und sollte auf jeden Fall in eurem Hinterkopf bleiben, falls ihr sagt, ihr wollt Mining betreiben. Jetzt aber zur Methode, die aktuell am gewinnversprechendsten ist, und zwar dem Mining mit dem Rock. Hier kann es sein, dass ihr noch eine zweite Stimme hört, und zwar war ich hier nicht alleine unterwegs, sondern mit einem Freund und wir haben eine zweite Methode, den Rock einzusetzen, getestet. Zunächst einmal ändert sich beim Rock gar nichts, das heißt, ihr könnt euch mit einer Cutlass, einer Freelance oder einem anderen Schiff, in meinem Fall meiner Lieblings-Cutlass-Red, den Rock schnappen, direkt ihn auf dem Planeten spawnen, ins Schiff laden und ganz normal mit dem Abbau von Hadanid beginnen, welches beispielsweise auf Ariel sehr gut und sehr häufig zu finden ist. Zum Thema Rock-Mining würde ich euch auch den Rock-Mining-Guide, den ich euch auch nochmal verlinke, empfehlen. Hier bekommt ihr alle Informationen, wo ihr wie mit dem Rock minen könnt, beziehungsweise was ihr dafür tun müsst. Allerdings gibt es eine weitere Möglichkeit, mit dem Rock zu minen, und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wir haben am Anfang des Videos gesehen, dass es möglich ist, mit einer Prospector die Hadanid-Steine sehr schnell und effektiv zu knacken, allerdings den Nachteil haben, diese nicht aufsammeln zu können. Wir kombinieren jetzt also die Vorteile einer Prospector mit dem Rock und können hier unseren Gewinn exponentiell steigern. Bei einer normalen Rock-Runde ohne Prospector habt ihr etwa 220.000 USD pro vollständiger Ladung an reinem Gewinn, die ihr machen könnt. Um das mit dem Rock alleine zu schaffen, braucht ihr auf jeden Fall eine Dreiviertelstunde bis Stunde, je nachdem, wie gut eure Ausbeute der Hadanid-Steine ist. Wir können dies jetzt deutlich steigern und deutlich beschleunigen, und zwar mit der Prospector. Wir haben jetzt unseren Freund, und zwar Shadow ZG, dazugeholt, welcher mit einer Prospector uns beim Abbau der Steine unterstützt. Das geht mit einer geliehenen Prospector schon ohne Probleme, auch mit dem Standard-Mining-Kopf, da diese eigentlich überdimensioniert sind für die Hadanid-Brocken. Das Ganze ist auch mit einem Helix-Mining-Laser möglich. Mit diesem habt ihr natürlich noch einen weiteren Vorteil, und zwar, wenn man die Synergie-Effekte kombiniert, die dadurch entstehen. Wir haben jetzt hier schon angefangen, das Feld abzubauen, und durch die Prospector, die uns unterstützt, sind wir eigentlich die ganze Zeit nur noch am Einsammeln und müssen uns nicht mehr darum kümmern, die Steine aufzuknacken. Sollte eure Prospector mit einem Helix-Mining-Kopf unterwegs sein, habt ihr natürlich noch einen weiteren Vorteil. Und zwar, in den Zeiten, wo der ROC sowieso beschäftigt ist, könnt ihr mit der Prospector alle anderen vorkommen, die ebenfalls auf dem Planeten reichlich vorhanden sind, abbauen und nochmal einen zusätzlichen Gewinn und ein zusätzliches Einkommen schaffen. Wenn ihr solo mit dem ROC und einer Cutlass beispielsweise unterwegs seid, schafft ihr etwa eine bis 1,25 Ladungen Hadanid in der Stunde. Durch die Unterstützung einer Prospector in der Nähe könnt ihr das auf jeden Fall auf drei bis vier Ladungen die Stunde erhöhen, da ihr nur noch mit dem Einsammeln der Materialien beschäftigt seid. Das Ganze schauen wir uns jetzt dann auch nochmal im Detail an, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr zusammen unterwegs seid und auch die Prospector hat nochmal einen Gewinnfaktor. In den Zwischenzeiten, während beispielsweise ihr unterwegs seid, um eure Ladung zu verkaufen, kann die Prospector andere Materialien, die ihr unterwegs auf jeden Fall finden werdet, auch relativ einfach abbauen und zusätzlich ihren Laderaum füllen. Sollte die Prospector voll sein und schnell unterwegs sein zur Raumstation, um das Ganze zu verkaufen, dann könnt ihr weiter mit dem ROC Solo machen und es entstehen keinerlei Downtimes für den ROC-Piloten oder auch den Piloten der Prospector. Das Ganze könnt ihr kombinieren mit anderen Morg-Membern bzw. Freunden, auch eine Argo-Mole ist hier durchaus einsetzbar und effektiv und ihr könnt das steigern, ohne dass ihr hier irgendwelche Gewinneinbußen habt. Ein weiterer Vorteil ist, wenn ihr mit mehreren ROCs unterwegs seid bzw. Cutlass-Schiffen oder Freelancern, ihr seid eine geballte Macht und falls ihr hier irgendwo einen Piraten, Griefer oder sonst jemanden, der Probleme macht, trefft, dann hat dieser euren mehreren Schiffen relativ wenig entgegenzusetzen. Somit habt ihr gleichzeitig noch einen Geleitschutz bei euren Mining-Ausflügen dabei, da die Cutlass-Serie ja alles andere als schwach auf der Brust ist. Wir haben hier beispielsweise unsere erste Runde mit dem ROC nach etwa 19 Minuten beendet und sind schon zurück auf dem Weg nach Bastak, wo wir schon sehen, dass die Cutlass-Variante, vor allem die Cutlass-Red, doch hohen Anklang gefunden hat. Wir haben den ROC nicht ganz voll gemacht, mit dem letzten Vorkommen sind wir auf knapp 96% Ladung gekommen und sind mit knapp 210.000 UAC herausgegangen. Das finde ich auch und nachdem wir die Einnahmen geteilt haben, bleiben für jeden innerhalb von 19 Minuten schon mal gut 100.000 UAC übrig. Dazu ist noch nicht gerechnet das, was die Prospector in der Zeit eingesammelt hat und auch die weiteren Ausflüge die Stunde werden so geteilt. Und wenn ihr eurem Freund oder eurem ORC-Kollegen vertrauen könnt, ist das auf jeden Fall ein extrem guter Weg, relativ schnell, mit Spaß und vor allem in Teamwork Geld und UAC zu verdienen. Auch bei der zweiten Runde haben wir ein sehr gutes Vorkommen und können relativ schnell relativ viel abbauen. Wir sind hier dieses Mal mit der Prospector unterwegs und haben schon mal voraufgeklärt und schon ein großes Feld von Hadanit gefunden. Unser ROC-Pilot ist erst auf dem Anflug und muss erst ausladen und in der Zwischenzeit können wir schon die ganzen Steine zerkleinern, welche dann für ihn zum Aufsammeln bereit liegen. Das erhöht natürlich die Effektivität um ein Vielfaches und das Ganze steigert sich sehr hoch. Auch wenn ihr mit zwei Schiffen unterwegs seid, habt ihr nie das Problem, keine Vorkommen zu finden bzw. lange danach suchen zu müssen, da ihr euch wirklich die guten Stellen aussuchen könnt und sehr schnell und sehr effektiv nach Material suchen könnt. Ein Tipp, um mit der Prospector abzubauen. Wir haben hier zwar einen Helix Mining Laser, also die stärkste Variante, verbaut, aber wir sehen relativ gut, mit kleinen Schüben können wir immer wieder Energie nachschießen und vielleicht knapp in eine Überladung kommen. Allerdings, wenn diese abkühlt und abklingt, kommen wir relativ gut und relativ einfach dazu, die Steine zu knacken. Allerdings gibt es einen Fehler bzw. ein Problem, das wir bislang nicht umgehen bzw. lösen konnten, und zwar kleinere Serverlags. Es ist uns regelmäßig passiert, vor allem bei größeren Vorkommen wie hier, dass ein Stein beim Knacken, das heißt mit kurzen Schüben, einen Serverlag erlitt. Das heißt, es geht relativ viel Energie in den Stein und dieser überlädt bis zum Gehtnichtmehr. Das heißt, dieser Stein wird auf jeden Fall explodieren, was allerdings im Bereich von Haranit nicht wirklich schlimm ist, da die Schäden, die dadurch entstehen, relativ gering ausfallen und ihr zwar den Stein verliert, allerdings die Umgebung noch weiterhin so bleibt, wie sie ist und nicht etwa alle bereits abgebauten Steine bzw. herumliegenden Steine in der Gegend verteilt werden. Hier haben wir beispielsweise einen Serverlag erlebt und der Stein ist explodiert, obwohl unsere Anzahl eigentlich noch was ganz anderes angezeigt hat. Ansonsten kann ich nur sagen, dass das Ganze viel Spaß macht, im Team mit dem Rock und mit der Prospector oder einer Argo Mall unterwegs zu sein und das Ganze im Team zu machen. Auch die Einnahmen steigen anstelle, dass man sich das Ganze nur teilen muss und es ist auf jeden Fall eine sehr gute und sehr interessante Alternative, zusammen auf einen Mining-Ausflug zu gehen. Ein weiterer Vorteil von uns gewählten Cutlass Red ist, dass ihr einen mobilen Spawnpunkt für beide Spieler dabei habt, da es bei dem Bereich Aerial auch zu sehr hohen Temperaturen kommt und ihr relativ schnell Gefahr lauft, vor allem bei längeren Ausflügen, einmal das Bewusstsein zu verlieren bzw. umzufallen. So habt ihr einen Spawnpunkt in der Cutlass dabei, verliert nicht die Ladung oder sonst irgendwas und könnt einfach nahtlos weitermachen. Wir sehen hier, dass die Geschwindigkeit vom Aufsammeln des Rock und die Geschwindigkeit vom Zerstören bzw. Zerkleinern der Haranitsteine etwa gleich ist bzw. die Prospector einen kleinen zeitlichen Vorsprung erreichen kann, wenn sie einfach nur die Steine knackt. Das heißt, die Prospector ist bei den Vorkommen immer kurz bzw. wenig früher fertig und kann sich schon um Nachschub kümmern. Für den Bereich des Rock bzw. Kombinationsminings mit der Prospector bietet sich nach meiner Meinung nach vor allem Aerial oder Microtec an, da hier relativ viele Haranit-Vorkommen vorfindet und diese auch für den Prospector bzw. den Rock abbaubar sind. Die genaue Grafik über die verschiedenen Vorkommnisse auf den verschiedenen Monden entnehmt ihr am besten auch dem Rock-Mining-Guide, welchen ich euch auch hier nochmal verlinkt habe. Da habt ihr eine Grafik und Übersicht, auf welchem Planeten welche Steine es gibt und könnt daran auswählen, wo ihr meinen wollt. Allerdings, um wirklich viel Profit zu machen, lohnt sich eigentlich fast nur das Haranit aktuell, da die anderen Materialien deutlich weniger Gewinn abwerfen und nicht schneller abbaubar sind bzw. nicht mit weniger Aufwand verbunden sind. Daher bleibt Aerial und vor allem Microtec aktuell die erste Adresse und wie wir auch in unserem Beispiel hier gesehen haben, ist relativ viel Betrieb auf dem Planeten. Allerdings ist es nicht so, dass die Vorkommen gegenseitig sich weggenommen werden, sondern es gibt genug Platz für jeden und jeder hat die Möglichkeit, hier gewinnbringend zu arbeiten. Die nächsten sieben bis acht Minuten seht ihr noch den restlichen Ausflug, den wir hier unternommen haben in Echtzeit, damit ihr auch seht, dass das Ganze sehr schnell und sehr effektiv vonstatten geht. Über die Timestamps könnt ihr einfach zum nächsten Punkt springen und wenn ihr möchtet, diesen Punkt bzw. diesen Mining-Ausflug etwas überspringen. Bevor wir springen allerdings noch ein Punkt, wie ihr seht, der Sammellaser des Vork zeigt für uns in eine völlig andere Richtung, als er von unserem Vorkpiloten Shadow ZG auf jeden Fall genutzt wurde. Dieser hat immer auf die einzelnen Steine gezielt, allerdings war es grundsätzlich so, dass der Vorklaser für uns ganz woanders unterwegs war. All right, ich schicke die nächste. Okay. Okay. Okay, the next is 500m away. That's not bad. And again, it's our 8 crystals. With another one we can make it full. In about 10-15minutes. All right. Vielen Dank. And the time you go back to the sell station, I can search for other materials for the prospector. That'll be good. By the way, we might need to switch when we have the sell. Because yesterday when I went, when I was mining, someone was borrowing my prospector, right? And that person can't sell. So since I own it, and I was at PO that time, I was actually selling when he was actually in Deema or something. So I guess the owner is the one who is selling. There is a red guy. That's the guy who shot me. I think he's doing the same. No. It's quite fun. You can destroy a hammerhead or something else with a simple mining ship. You can? Yeah. The helix mining hat makes so much damage, you can immediately kill the hammerhead. You lose it close, start the helix full power, and the hammerhead explodes in seconds. Oh wow. I never actually thought the helix is a weapon. It's brutal what you can deal damage with this. Uh oh, my overcharged one server lag. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Wir werden hier schon früher fertig machen, haben wir fast schon ein komplettes Feld für unseren Rock vorbereitet, welche gerade erst noch ausgeladen wird. Bis der Rock ausgeladen ist, sind wir dann schon wieder weg zum nächsten Feld und können so auf jeden Fall timen, wie viel Cargo wir noch brauchen bzw. wie viele Steine wir noch suchen müssen. In unserem Fall haben wir die Zeit genutzt und haben andere Materialien mit der Prospector in der Zeit abgebaut. Und nachdem unser Rock wieder bereit war, haben wir uns dann wieder um Nachschub für Hadanit gekümmert. Falls es euch aufgefallen ist, sind bei uns gerade die FPS-Raten in den Keller gegangen. Shadow wie auch ich hatten nur noch 3-4 Frames teilweise pro Sekunde und das Ganze drohte abzustürzen bzw. in einem 30K zu enden. Allerdings blieben wir auf dem Server und konnten unseren Ausflug nahtlos fortsetzen. Und etwa 5-6 Minuten später gab es dann die Meldung über den Chat, dass der Server wohl abgeschmiert sei und es einen globalen 30K gab. Das Ganze bestärkt mich persönlich nochmals dadurch, dass es möglich ist, einen klientseitigen Absturz, auch wenn es kein Serverabsturz war, zu verhindern, da wir beide mit erhöhter Prozesspriorität unterwegs waren. Vielleicht ist das Ganze auch nur eine Glaubensfrage oder ein Placebo, allerdings solange es funktioniert, ist mir das egal. Und wir hatten hier keine Probleme, zwei Stunden lang mit dem Rock unterwegs zu sein, wobei andere Spieler regelmäßig über 31K oder andere Probleme auf dem Server berichteten. Der Nebeneffekt, wenn man mit einer Prospector unterwegs ist, man kann auch andere Materialien abbauen. Wir haben hier beispielsweise ein Wexalit-Depot bzw. andere hochwertige Materialien während unserer Tour immer wieder festgestellt und konnten die Zeit dazwischen direkt nutzen, das Ganze einzusammeln und noch zusätzliche Gewinne zu generieren. Das Positive ist auch dabei, wenn wir nicht nur mit der Prospector fokussiert darauf sind, können wir einfach Sachen mitnehmen, die einen zusätzlichen Gewinn erwerfen und müssen nicht darauf achten, wirklich genau auszuwählen, welche Materialien wir einsammeln. Hauptsache, wir haben noch einen zusätzlichen Gewinn mit dabei. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.